Katrin, sei doch vernünftig. Der Krieg geht noch ein bisschen weiter. Wir machen noch ein bisschen ein Geld. Dann wird der Frieden umso schöner. Ihr habt ein Lars, die trommelme Bruder. Und lasst auf uns froh und halten an. So ein verhandel ich wie meinen eigenen. Ist der Kudasch, die kommt mit Schnur. Es hat immer welche gegeben, die gehen herum und sagen, einmal hört der Krieg auf. Ich sage, dass der Krieg einmal aufhört, ist nicht gesagt. Komm, Sie erleben mich im Grunde, ich bin ruhig hier. Was? Das ist aber ein Fecht. Wer es Ihnen sieht, bricht mir den Hals. Ich lass mir den Krieg nicht malig machen. Nein, so will es gut.